Nun geht es weiter mit dem 57. Teil des Minecraft Let's Plays. Hier habe ich nochmal diese Schwarz-Eichen-Bettlinge. Die setze ich direkt mal hier wieder rein. Also immer muss ich auch mal was anderes wieder machen. Also Bäume fahren wir natürlich hier. Die Schwarz-Eichen kommen hier rein. Im Dschungel ist noch nichts gewachsen, aber die Akazien, die zerfalten langsam. Obwohl der, den da oben nicht zerfällt, muss ich natürlich diese beiden Holzglöcke noch abbauen. Und da liegen noch Eichenwitzdinge. Das habe ich nämlich aus dem vergangenen Part nicht abgeräumt. Aber hier könnte ich direkt schon mal neue Akazien hinbeziehen. Hier. 2, 3, 4, so. Noch ein paar Akazien hinbeziehen. Dann wird es wieder rein. Also die Kuh, die kann ruhig da rein. Aber hier will ich auch mal einen Weg freischaufeln nochmal. Dass ich hier nicht springen muss. Und hier die Eichen nehmen noch so viel rum. Können wir also wieder ein paar Eichen aufnehmen und hier jetzt mal wieder zupacken. Und erstmal hinsetzen. Jetzt mal ein paar Eichen bringen. Da habe ich noch 8 Eichenbäume übrig. Das Eichenholz kann da hier rein. Oder ich nehme das generell, nehme ich mal diesen Holz mit. Die Fichten sind noch nichts gewachsen und die Vierten sind auch noch nicht gewachsen. Aber hier die Kürbisse und Melonen, die kann ich abernten. Oh, da ist hier noch eine Kuh auf dem Obsidian. Jetzt kann ich nämlich diese hier noch abbauen. Zack, jetzt bin ich hier abgeerntet. Da haben wir schon fast hier die Decks. Eigentlich ist hier noch nichts mehr übrig. Da habe ich auch schon seit einer Weile nicht mehr abgebaut hier. Zack, da ist schon die erste Melone wieder gewachsen. Melonen, Kürbisse, kommt da nicht Melonenkerne von hier rein. Jetzt ziehen wir noch ein paar Kürbisse. Da liegt auch noch Kürbisse und da liegt noch eine Melone. Na, manchmal leckt das immer so ein bisschen. Ich habe mal jetzt Idee bekommen, dass ich dann Schafe einstelle und mal zum Beispiel Bildrate. Ist ja, auf unbegrenzt Stellen hier. Vielleicht läuft das dann ein bisschen flüssiger. Kürbisse kommen hier nicht rein, die kommen hier rein. Ich habe hier eine Melone. Nehmen wir hier ein paar Melonen mit. Weil wir hier nichts noch zu essen. Da ist noch ein Haus, das ich noch nicht benutzt habe. Aber es wird erst mal die Nacht. Und ich werde die Nacht erst mal natürlich da im Bett verringen. Aber das mit den Schafen ist ja rote und weiße Wollefarben. Ich könnte vielleicht noch mal eine größere Schafzuchtstation hinstellen. Irgendwo hier, wo ich jetzt einen Platz habe. Kann ich mal eine Schaufel in den Tag? Nein, ich muss hier wieder eine machen. Oder ich mache am besten gleich zwei Schaufeln. Zwei Schaufeln, damit ich... Ja, so eine TPU-Beanspruchungssache habe ich ja auch mal wieder. Aber hier habe ich ja auch ein Projekt ja noch. Was natürlich noch nicht erledigt ist. Und zwar hier, dass ich alles schön glatt zu machen. Ich mache jetzt auch in den letzten Parten immer wieder weiter. So weit hoch kann ich kommen. Da ist natürlich eine tiefe Höhle. Die muss ich ein bisschen zubauen hier. Und jetzt jetzt mal diese Ebene wieder zu machen. Zack, jetzt geht es hier zu. Diese Ebene. Ich muss jetzt also wieder weitergraben. Aber ich muss mich auch mal um noch die Pyramide kümmern. Die auch mal fertig wird. Und nächste Ebene, die frei graben. Ein so Berg, das ist schon ein riesiges Projekt. Das sind halt ein paar Parts, das hier. Also Teile läuft es schon. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mal Part- oder Teil schreiben soll. Bei Minecraft Let's Day. Ich habe jetzt auf jeden Fall zwei Teile überfällig. Weil ich nicht überfällig am Rückstand. Da würde ich pro Abonnent einen Teil machen. Ich habe jetzt 58 Abonnenten und 57 Teile. Das heißt, ich muss also jetzt zwei nehmen nachholen. Hier ist jetzt nur einer davon. Kannst du die Erde hier wegzugeraben. Einmalig am zweiten Teil. Und wenn ich jetzt wieder stehne führe, diesen Teil wieder eine andere Tätigkeit machen. Das ist immer wieder klar. Und nicht immer das Gleiche machen. Das für zehn Parts immer das Gleiche machen. Das wird dann langweilig. Aber eigentlich mache ich die Bahnen schon seit einigen Teilen, also einigen Parts schon, die Bäume. Und ich hatte ja am Anfang diese Parts ja auch angeredet, dass mit dem Erweitern auf der Schafzuchtbarn das ist jetzt dann noch mehr. Das ist dann noch mehr Schafe machen, damit man schnell eine große Menge Wolle gewinnen kann. So was man sich für die Ebene runtergauen kann, wie man kann. Pizza gab ich ja noch eine, die noch zur Hälfte voll ist. Auf dem siebten Slot. Oh, das ist auch eine Menge Erde, was man hier halt abgraben muss. Um so ganz viel abzutragen. Das ist ja immerhin schon ein paar tausend Blöcke, die ich da abtragen muss. Das ist ja sozusagen um alles dafür kubik zu tun, dann wird es schnell viel werden. Aber pro Block brauche ich dann, ich brauche eigentlich pro vier Blöcke eine Sekunde durchwürzen. Alles Zeit, wenn man das geimpftiert, für alles abzugraben. Oh, was? Nein, das muss drei Blöcke, so wie ich sagen. Also das ist eine reine Abgrabezeit. Aber hier muss man auch müssen hier und her laufen. Hier noch die Items, die hier rumliegen, aufsammeln. Da sieht man schon als eine Haus. Na, hier muss der ja auch noch, der Stein muss ja auch noch weg. Ich habe ja hier vor, irgendwie noch was Großes hinzusetzen. Ich könnte auch natürlich die Idee hinschreiben, ob ich da eine Burg hinzusetzen soll, oder habe ich... Also, ich hatte da vielleicht... Ob ich eine Burg, oder eine Pyramide, oder was... Was soll ich denn hier hinbauen? Für Gott, ihr müsst in die Kommentare schreiben. Was soll ich hier hinbauen? Ein paar Blöcke fallen da runter. Ich muss sie immer zubauen hier. Das ist immer diese eine Schlucht. Die stört mir so ein bisschen. Dann muss ich sie immer zubauen. Deswegen ist ja auch diese Erde hier da. So, sind wir schon ein paar Blöcke breit geworden. Die Seite habe ich schon abgedraben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Blöcke schon. Nach da wird das immer weniger Arbeit, was ich zu tun habe, weil es immer tiefer da eben geht. Also, auf dem Berg hier oben, wo ich das jetzt alles abgrabe, bin ich ja auch im ersten Tag übrigens auch gespawned, zum ersten Mal. Und jetzt ist mein Hunger auf drei Punkte zurückgegangen. Jetzt sieht man wieder was, damit mein Hunger wieder voll ist. Und das sieht schon wieder relativ gut aus, hier mit der Weizenkram. Jetzt muss mal gucken, wo mache ich am besten weitere Schaffarben. Ich glaube, ich könnte diesen Zaun einfach wegmachen. Die Wölfe schicke ich rein. Und mich hinweg nehmen wir hier. Die Wölfe, die kommen einfach mit in mein Haus rein. Und die Wölfe auch mit in mein Haus rein. Oder die Hunde, besser gesagt auch. Ich gehe nicht einfach mal hier rein. So, alle hier rein. Und setzen, 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 setzen. Ich setze jetzt mal ein bisschen mehr rein. Wo schicke ich hier mit dem Hände. Wer ist jetzt falsch? Ich muss mal ein bisschen kommen hier. Ich hoffe, ich bin nicht. Ach, ja, ja, ihr Kopf hier. Ich bin ein bisschen Fleisch hier. Aber dieser Hund, der will nicht. Der will nicht kommen hier. Komm mal hin, ja. Die haben wir schon. Und die ja herzen. Ich werde jetzt mal rein, 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 rein. Hier einfach reinschieben. Jetzt habe ich es erstmal für Hunde. Die Dynamin, da mache ich jetzt mal. Und dann auch nicht viel. Und jetzt könnte ich den jetzt gerade noch wieder wegpacken. Beide habe ich ja nur 64, 6 oder voll. Das packe ich aber erstmal. Also hier war ursprünglich der Weg, lief da hier über diesen Berg. Aber der Berg stört mich. Und deswegen nehme ich den jetzt hier auseinander sozusagen. Und hier nochmal Erde und Stein rein. Und jetzt werde ich erstmal da beim Schafgehege, das vergrößern, diese Fläche. Und da ein weiteres komplettes Gehege, da würde ich ja die Zäune dazwischen einfach wegmachen. Die Zäune, die sie hier rücken wollen, einfach weg. Hier kommt auch zu viel. Die Zäune hier einfach weg. Und die Schafen, die mehr Fläche haben. Und Weizen, die verlieben lassen hier. Die Schafen, die sie hier weiteren Nachwuchs erzeugen. Hallo? Schafe. Oh, sogar ein rosa Schaf. Ein rosa Schaf, das will ich jetzt rot haben. Ein rosa Schaf. Weil ich hier weiß und rot hier gemischt habe. Schafgehege einfach mal ein bisschen vergrößert hier. Und weitere Schafe erzeugt hier. Hier könnten theoretisch noch ein paar mehr rein. Weil ich jetzt die Fläche vergrößert habe. Also die Menge an... Die Kuh, die können gerne mal hier rein. Die Kuhgehege kann ich auch ein bisschen vergrößert haben. Wenn ich alles generell hier weiter da baue, hier zu... Die alles noch weiter nach Dach schieben kann ich noch... Das Kuhgehege, wenn ich mal so... Hier sehe ich die Steine so hier da herumbauen, um da hin zum Schafgehege zu kommen. Und wieder hochgehen. Und es geht wieder zum Schlafen. Dann nehme ich auch 14 Minuten. Mein Gehäuse. Hier habe ich 4 Hunde in meinem Besitz. Und da geht es weiter zu meiner Mine. Wer mich zum ersten Mal sieht. Hier habe ich auch schon relativ viele Sachen drin. Aber ich werde diese rote und weiße Wolle einsammeln. Dann habe ich die in eine... Dann habe ich die in eine... Dann habe ich die in eine extra Truhe einsammeln. Dann kann ich nämlich mein Logo machen. Ich werde von... Let's Play Marcos inspiriert mich das machen. Weil er hat das nämlich auch schon gemacht. Mit Hilfe von... Weißer und roter Wolle... Let's Play Marcos. Ich werde das eigentlich mit meinen Namen natürlich immer hier auf dem Wasser dahinten machen. Und hier ist es ja schon. Hier habe ich schon ein bisschen Wolle mit damit. Aber das rosa Schaf muss ich rot färben hier. Also nämlich ein weißes mit dem roten Schaf gemischt. Und da kam rosa raus. So, jetzt erstmal die andere Truhe brauche ich momentan noch nicht. Pack ich hier erstmal als Reserve rein. Was brauche ich denn momentan überhaupt? Ich brauche rote Farbstoffe. Roten Farbstoffe zu viel mehr. Hier ist was rotes drin. Na da, rote Tulpen. Schaut aus. Einen roten Farbstoffe raus. Komm mal hier komplett rot raus. Einen roten Farbstoffe habe ich hier schonmal. Eigentlich schwer. Komm mal hier. Kann ich das rohe Schaf hier rot färben? Ja, jetzt habe ich rot gefärbt. Babyschafe kann man nicht schneiden. Oder scheren. Kann ich ganz viel Wolle farben hier. Und alle hier rein, die Wolle. Kann hier noch... Hier ist noch Platz hier um ein paar mehr Schafe. Weil ich glaube ich müssen das weiße und rote vielleicht doch wieder trennen. Hm. Hm. Was kann ich jetzt hier drinnen machen? Hier ein Zuckerrohr abbauen. Zuckerrohr kann ich gerne noch mal ein bisschen was hier abbauen. Ist ja auch ja so gut wie komplett durchgewachsen. Ah, da kann ich ja die Truhe, die ich nachher mal verwenden kann. Hier einmal so durchschneiden hier. Damit sich hier alles... Alles hier noch einmal runtergeschoren. Da... Hier liegt noch was. Hier liegt nichts. Aber da hinten liegt noch was. Nee, wachs. Was? Und jetzt kommen wir wieder zurück. Kann sich das eine rundum-dingen. Das muss ich auch noch mal irgendwie... ...einen Verwendungszweck dann mal erteilen. Play ist hier. Hier. Ich will das Leben noch mal abbauen. Mal kurz atmen. Mal kurz atmen. Und die letzten Lehmblöcke hier abbauen. Ein Stück ist noch mehr Leben vorhanden. Kurz atmen und jetzt die alle aufsammeln. Das Ganze nehmen hier. Mal wieder hoch. Mal kurz atmen. Mal kurz atmen. Ich muss den Zaun verschieben. Das werden wir ebenfalls nicht nehmt machen. Das ist mir einfach zu viel Aufwand. Wenn sie da schafft zu wachsen... Ja da ich dann... ...rote Schafe wachsen. alle wieder gegessen haben welche sind hier noch ganz viel erde und so drin kann ich noch ein bisschen mehr rein ich glaube irgendwie möchte ich den kommenden part nochmal rein in die mine werde ich mir natürlich noch mal schon mal als vorbereitungen eine spitzhacke herstellen nur ein bisschen durch zwei zwei spitzhacken ein schwert habe ich noch was noch ziemlich voll hat hier hat gerade mal vier benutzungspunkte aber ich werde den nächsten partner gehen damit ich werde schon mal sagen dass dieser verandacht hoffentlich gefallen hat und dann zeigt mir den daumen nach oben gerne einen teilen damit ich dann mal ein bisschen mehr aufrufe in zukunft bekommen und abonnieren seht ihr natürlich meine neuen video momentan eher mit wetter und dann tschüss und bis zum nächsten minecraft let's day teil